ja jetzt können wir aber hier ich komme umzugehen unten du bist ein affe ich will monkeys sehen machen wir es niki piki like oder machen wir all in die sehen mich die haben köter warum schreien die so rum ich weiß nicht oh hier ist ein kampf heli wozu entdeckt sie sind da drinnen da sind böse hunde jetzt geht's los ich höre noch den alarm piepsen hier ist einer ist ein anführer ok fertig jetzt ist es eingenommen für obama kein alarm unentdeckt oh nein hier verkauft noch eine frau hier alles eingesammelt ja alles das hier die waffen kommst du auch drinnen wie kann man dann sinken steuerung oh nein was du musst ans leckrad ich bin ausgestiegen toll ja toll schon mal einen neuen heli ich nehme einen eigenen nein du nütze keinen eigenen ja mit steuerung sinkt man komm ich will einen eigenen nein komm her ich kann fahren ich war stehen hier lieber hallo hallo auf geht's system speicher hallo ich habe nur gegen die scheibe geschossen solange du nicht mehr drauf schießt auf den heli solange du nicht mehr auf den heli drauf schießt hallo da bist du hier ein motorrad das an was passiert da hinter mir ach gar nichts da stört es nun gerade ein heli ab die haben mir weh getan ja 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 oh ja hier sind quallen radikal schießen ich kann mal schießen die quallen tue die ja nicht immer noch weh und fünf monate 1000 pesos 1000 pesos so meinst du meinst die marke von jene pfeife aber hier kann man noch klettern worte ich hol dich ab und nein nicht der psycho doch genau der sicher was diesen flug abwehr geschützt irgendwo jetzt passiert dass du das ich habe hier hat nun geht geht ja ja hier ist ein ding waren die kojoten der prozess ich bin auf e gekommen machte achte kurz ich warte aber henne der ist gelandet das war so ein dicker abwehranlage was war das ach man diese 9 9 9 ich steige in der heli und du machst die abwehranlage sind kaputt online der musste operiert werden auch junge ich hab nix gemacht was hast du getan er war verbuggt und ist in die luft geflogen die frau hier so boden hast du dich gerade umgewacht ja das war doch ein löser